Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke vom K1-Team Nord hier ist Timo Christenzen! Und in der roten Ecke vom Team Türkei begrüßt mit mir Ygi Erba! Wir gehen der erste Runde! Let's go! 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 Kimo Köter! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. und mit RKD-Hermann mit RKD-Hermann mit RKD-Hermann.